Jao! Direkt mal noch ein Special! Elementary! Schlechteste Teil der Gesicht! Natürlich von Mark Steen! Was war lauter? Spiel mal deinen Schrott an solche Babykram da! F*** dich, das hast du selber ernstig viel! Aber ich auch nicht! Oh, es geht schon los! Oh, in den Klingel! Ich muss jetzt mal ein wenig schauen! Und dann muss Teddy! Ach so, ich hab auch schon gesagt, kein Settel da! Oh, Teddy, wer glaubt! Was ist hier jetzt? Oh, noch ein langer Gang! F***! Ich mach' diese Map nicht! Ich brauch' dich und muss, boah, sie so schwul! Nicht mehr ein bisschen zu groß! Ja, aber Roastpals! Roastpals ist ja schön klein! You can't... Was ist das? You can't heat... Oh! Ja, siehst du, sagst du auch immer, wenn die Lampe explodiert! Ja, ich hab's vergessen! Ja, Teddy! Meins! Ich hab's gesehen! Ach der! Der ist am Anfang, wo du angefängst! Hey, muss denn mal anfang' sein? Das nervt! Der wär' ein bisschen zu schwerweilenden Ziummoor! Ich hab' in den Ziummoor... zu mir jESU es unwirrottot! Das ist die Klaustrophobie, als der Ausgang am Anfang. Nö. Boah, das ist die Leiche! Ey, der sieht richtig gruselig aus. Oh, ich war auch nicht in den Gang, aber lang lang. Doch, muss ich leider. Zum Glück, wenn ich das so früh mache, das ist das Risiko, dass die Länder nicht da sind. Ganz sicher. Ich habe immer als das um die Karte gedacht. Umso mehr! Jesus, komm! Umso mehr! Ja, keiner da! Denkst du, gleich steht er in der Ecke? Kann ich direkt mal wieder rausknicken. Vielleicht steht er gleich in der Ecke. Glaub ich nicht. Oh, der steht nicht um die Ecke. Oh, die Leiche sieht immer nicht so gruselig aus. Vielleicht soll das ein Teddy sein? Ja! Der hier war mitten hier. Ja, Mann! Hey, noch ein Teddy! Die kommen mir heute richtig entgegen geflogen. Ey, du schlussing! Und schon wieder der Abgetrennte im Kopf. Nächstes Mal, wenn wir spielen, müssen wir Hound auch noch als Wäsche nehmen. Hau in so eine Gülle, ich hasse Hound. Also raus werde ich noch lange nicht hin. Was ist denn jetzt so? Hey, ist das Hound? Ne, Hound nicht. Das wird nie kommen. Ich hasse Hound. Das ist so langweilig. Oh, hier war ich schon leider. Und hier. Und hier. Ah, Teddy! Sechs, fünf von acht schon. Ich habe ja noch sechs schon. So, voll Arten. Für welche Schaff? Einer ist ja noch draußen. Hab ich die denn schon gehabt? Oh ja. Wie viel ist denn das? Oh, Slender. Come on. Wie viel ist denn das? Äh, ich glaube sieben. Könnte ein bisschen schwer werden. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich muss eben erst mal raus. Ah, ist das so bei meinem Sohn der Saar? Ey, Alter, meine Sprintkraft wird leer. Ja auch. Alter, hätte ich fast vergessen. Eigentlich wollte ich jetzt hier auch nicht mal rein gehen. Aber dann snack ich mir, Mann. Was macht der da? Der soll da nicht lang. Da will ich nämlich lang. Kann er sich nicht einfach mal verpissen? Krieg mir ja. Ja, toll, weiß ich nicht mal, wo der Hessel hier Ausgang ist. Scheiß noch mal, der mich von der Bahn abgebracht hat. Ja, Schlöpper. Hier rüber. Da jetzt raus. Wo jetzt raus? Ey, wo jetzt raus? Ey, wo jetzt raus? Ich muss hier raus. Ich muss hier rechts bleiben. Links bleib ich. Rechts weit. Rechts weit nehme ich schon. Ein Teddy brauche ich noch. Du musst rechts. Du musst rechts und dann gerade raus. Ja, danke. Danke, Slendy. Na, Kumpel, wie geht's dir so? Mir geht's gut eigentlich. Das war gleich erst mal der Weg. Ja, das war ich. Erst mal rechts steht da hier. Schreibt sich. Oh, Herr Lehrer. Wir sind auch immer noch da. Ich kann noch nicht mehr raus, Alter. Eine die ich noch geschafft. Einer war nämlich noch draußen. Das war nämlich das Problem. Tschüss. Tschüss.